Eine Linie ist die einfachste Verbindung zweier Punkte. Um Menschen und Orte optimal miteinander zu verbinden, bedarf es vieler Linien. Doch nicht immer ist das Entwickeln von Verbindungen so leicht wie etwas Grafit auf einem Blatt Papier. So muss man Umwege gehen, Hindernisse aus dem Weg schaffen und immer dynamisch bleiben. Wir von Storz stellen uns täglich aufs Neue diesen Herausforderungen. Und was uns vom Maschinisten und Straßenbauer bis hin zum Ingenieur und Projektmanager dabei miteinander verbindet, ist die Leidenschaft dafür. Denn für uns hat das Schaffen von Verbindungen eine lange Tradition. Seit 1927 ist unser Familienunternehmen auf dem Verkehrswegebau spezialisiert. Die eigene Baustoffproduktion, Bauwerkinstandsetzung sowie Umwelttechnik runden das Leistungsspektrum ab. In den letzten 90 Jahren konnten wir mit Storz Verkehrswegebau einen wesentlichen Beitrag am Aufbau des Straßenverkehrsnetzes Süddeutschlands leisten. Von unserem Hauptsitz in Tuttlingen und regionalen Niederlassungen sind wir mit unseren 700 Mitarbeitern für öffentliche Auftraggeber, Industrie- und Privatkunden ein zuverlässiger Partner. Erfahrene Spezialisten realisieren Hand in Hand komplexe und umfangreiche Bauprojekte jeder Größenordnung. Dabei kommen innovativste Bauweisen zum Einsatz. Dies ist nur möglich, da wir mit unseren eigenen Asphaltmischanlagen und Steinbrüchen selbst die optimale Versorgung des Baubetriebes mit hochwertigen Baustoffen sicherstellen. Seit den 80er Jahren gewinnen wir mit Storz Baustoffe wertvolle Rohstoffe, die als unverzichtbare Grundlage im Straßen- und Tiefbau verwendet werden. Dabei sind Rekultivierung und Renaturierung Themen, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen. Denn der Schutz unserer Ökosysteme ist für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft für uns und unsere nachfolgenden Generationen ein besonderes Anliegen. Aus dieser verantwortungsvollen Haltung ist unser Engagement im Bereich der Aus- und Weiterbildung eine logische Konsequenz. Seit über 45 Jahren gehört die Ausbildung zu unseren wichtigsten Aufgaben. In unserer Firmenkultur haben Menschlichkeit, Zuverlässigkeit sowie kundenorientiertes Arbeiten höchste Priorität. Hierbei verfolgen wir eine klare Linie. Bei uns hat jeder eine Stimme und eigenverantwortliches Handeln wird gefördert. Denn wir sind nur so stark wie jeder Einzelne. Dabei vergessen wir aber nie das Miteinander. Bei uns sind gute zwischenmenschliche Verbindungen genauso wichtig wie die Verbindungen, die wir täglich durch den Straßenbau schaffen. Storz. Wir bauen für Sie. Storz. Wir bauen für Sie. 1. Untertitelung des ZDF, 2020